ja ja willkommen zu den neuen survivor games diesmal aber wieder mit diesem fanclan konzept ich habe eigentlich gesagt es kommt am wochenende aber da hat sich unser clan aufgelöst und da gab es halt ein bisschen schwierigkeiten jetzt im dumm mittlerer chest und ja also wir machen wieder in der wochen arsch also die ich bin alle mit unseren clan wo accounts also gibt die was wir als klar was zu verhindern ich bin mit mx dixi oder wie man immer immer das ausspricht was nie richtig aussprechen und er habe ich von vor einem großen bekommen oder für uns unterschritt irgendwie so das ganze schüler jungen ich und manuel gegenüber die die und wieder mal aber diesmal ficken wie sie er habschauer und wie immer wegen der bühnen hexen wollen er wurde und ich habe 96 weg mein eigenes wie ihr seht richtig geil der bogen sind der beste ähm und sie achten m2 ein 300 abo special wenn ihr wollt kann ich das alles um das höre ich dauerlich ein freien wenn ihr wollt schaust mir kommt aber wenn er es wird sonst noch nicht doch fast 2 level zu lösen ja läuft bei dir ich habe ein bohrer an und so und wenn ihr mir sagen können warum ich bei eps immer fps ein schütze obwohl ich ich weiß nicht warum also ich nehme jetzt so mit einem 120 fps aufmachen und das sind das unter so inseln auf 50 fps und es ruckelt dann zu bieten was nicht darf ich weiß auch nicht wenn er ich schon klar wie viel fp ist ja ich habe einfach mal 20 eingestellt schon mal over ich habe 120 eingestellt jetzt habe ich auch 120 fps jetzt zum beispiel ist es wieder kurz auf 100 gesunken keine ahnung warum das sind die ja oder ich habe auch hier war ein Tier ich habe die anreißen ich habe die hier gefunden das sind die erste zu übernäufer das rutscht ab ja auch gleich ich habe hier 2 ich brauche noch verhandelt werden also es wäre ich egal wenn ich mir das sagen könnte ich um mein Gott ich bin da ist ein Bericht hier bekommen jetzt zum Beispiel jetzt habe ich wieder kurz ein gehabt wenn die er sich nicht erzählen wenn die mich erzählen dann nicht immer falsch ich habe nicht und dann hätten die irgendwie skills oder so oder sechs oder wo der war ich habe die ja wohl hier ja wohl weg ja wenn die mich jetzt finden da müssen Prozent aber die sind gerade sechs Wochen und wenn die jetzt durchschenkt dann genau auf mich dann ist es ein bisschen irgendwie auffällig ich weiß ja also sie haben halt das ist immer okay zwar schießt auf dich da möchte jetzt habe ich jetzt habe ich wieder 60er PS also ich sehe das auf meinen genau zu sagen da okay das ist mir so angezogen er guckt jetzt hat es will gute Rüstung ich bin drüben aber wenn ihr mal ja das sagen könnte zu wissen wäre richtig nice bei euch Tato Worte Fett Wart Oma Gott Combo bist du immer noch ein was gelocken muss all das Fettkommo bis durchsichtig Prozent ich habe zwei die erzweißen was kann man eisig wird und die hat ich komme da zu der Koffe Mensch jetzt hat sich zum Beispiel kurz 40 FPS wo ich nichts gemacht habe nur umgeguckt doch man hier kennen er hat hier er und bekomme ich in der Kirche wenn du es verzaubern willst hast du wirklich zwei Länder also die Hälfte vom anderen Ländler wissen wir ja was du nix ne leider aber da wissen wir ja wenn ich sie also weiß ich ja wenn ich gehen muss hast schon aber aber da gibt es ja manchmal so kleine wasser gegen der Kammer der Fischangel oder wo auch gut ich weiß ich gar nicht kann schon sein ob und ob ich gar weiß ich ob es hier ob man darf ich weil in dem Haus zu drehen das ist so ein kleiner Brunnen ich weiß es ja es gibt ja auch was erding es gibt ja auch um den Wassertämpel er wollte dabei auch genug Wasser und schau mal ich bin der Bromann oder wenn er wollte dann wird er hat richtig angesprochen ich glaube es geht ja nicht das geht es ist ich weiß gar nicht mehr es geht nicht das müsste ich das Wasser sein aber es ist ein Wasser müsste er das was der Tempel gehen und versuchen wer das hat nach praktisch steigen ist komisch ein man gehen wir mal es sei denn die bestimmte so aus der Volumen es geht nicht bei einem Block und zu hohen ich weiß gar nicht mehr ganz ehrlich wenn ich bestellte es auch nicht ja ich weiß nicht ob es geht aber schon geiler hätten wir zweifel zu bezeichnen aber hier in einem reichen oder für mich Bogen und für dich die erschwert so wie er weil du wenn du bist ein Bogen ab und ja genau was ich guck mal oben vielleicht ist um das Texte weg habe ich von Prozent Bruno denn sein kann also auch noch die Beschreibung ich habe mal vorbei meine Wort so ist die Botte um ein reichst um ein Wetter zwei zwei Balken noch zwei Balken was immer noch und um wir machen die Giffläckte war also um ich habe im Skype ein guter Kollege ja ich hab den ich hätte mit dem was nie aber ja denn der hat mir keine Wanderung Kanalbild gemacht um und ja Schau mal bei dem vorbei wenn ihr wollt heute kann man richtig viel links ja ich kann auch von Mahnung vorbei schon bei den Sosa das ist ganz so ganz süßer bei mir auch bei Mario vorbei schon und bei Mahl bei Kai auch ein Jahr denke die Hälfte man kennt der bisher noch umhälten das auch nicht bist du dann warst es endlich möglich war die ganze Zeit nicht oder das war schon starten ich bin nur für Spieler wenn die einer Stiftung abzule abzule es geht geht meist gut zu wissen okay das ist ein Schatten die Morphe ist verfehlt weiss eigentlich dass schon her weiß eigentlich dass man von hier da drüben hinkommt aber ein anderer Prozent fett fett den Sprung macht er fliegt noch unter oder kann mach es besser nicht er macht ihr aber es geht ich habe auch das immer sie haben sich selbst in der Sospeil wenn auch einer stirbt ja da schaffen sie sich immer das wäre so die Kacke aber ich habe auch nicht weiter gar kein du ich habe 8 alles in der Sicht ist das sehe ich in der Abend das mit okay die sind nicht beim Erste so können die nicht töten ich habe die davor gesehen aber die haben mich nicht gesehen ich weiß nicht und Marke Spiel auch auf der 1.7 wie ich ich nicht aber ob die feine Sitzel und sieben mein Gott hatte die Strukturen bringe ich mal was er schon um das heißt die Knappe ich noch was ich dachte du bist du ich ja das war knapp es gibt es das wirklich was soll ich jetzt zu zaubern hier schwört was ich in der Hand habe was du bekommst oder und als ich will oder Bogen weiß nicht und Bogen ja ob Jahr schon so war ich habe noch Pfeile der Lassbyschwerter in der Jahr Robo beim Bogen Bogen M also Punkt sich schon viel ist die 3,45 oder so dabei ist noch Zeugtren die war noch keiner das ist die Spockers war doch da war schon jemand mein Garten ist ja auch die Arschreim mein Gott ich hab schon die Passage ich muss jetzt nur aufpassen dass ich nicht um aufschwert mit zwei Level Pakt okay was soll ich jetzt zaubern Prozent mal dass die Erschwörter ich habe das 1 Mainz behalten ich weiß nicht ja er was auch so ich heiße wird oder doch er weiß ich wird oder soll ich ja solche Zaubern breitend hier ich weiß mal was das ist besser ich habe mich mit der was ihm machen würde als ich war oder bohren aber ich hatte es schon gut es ist jetzt Katrin in die Welt die Werbung steht er gibt der Betrieb und das ist auch schon mal aber ich denke das ist also was gibt auch der der bestimmt Tupé Rüstung oder so alles vor allem und wir haben die Schwerte alter nicht ich habe ein Punkt also wenn ich vorhin feiert wenn es gibt es mir bitte er die Knopfstoff alle weiß dass die Erschwürden schadet der Mensch macht das macht innerhalb von drei Hitze das er habt ihr ein Brustharnische wir haben 30 Jahre ist klar ist klar aber wenn ihr mal in der Karte heißt es nicht gleich dass ich das bin ich kann auch sein dass das für mich auch der richtige ist ich bin mit ihr recht und den haben Prozent viele die Kindergarten also der Account hat als Kau oder Skow und Kai wie geht wie alle aus dem Clan also ich so ja ja weißt du gibt einfach jener irgendwann bekommst du die auch brauche ich nicht ich habe jetzt den der hat gestern Hive Premium gekauft für drei Monate bin ich mal für drei Monate abgesichert und bei Kollegen habe ich leider mein Premium verloren mal schauen ob ich im nächsten Raum auch wieder Hive kaufe ich habe mich so erschreckt dachte du bist jetzt einer von Wäsche uns bauen wir haben wir haben aber das wie viel abwarten oder naja warte mir dann dort ist zehn Minuten noch das ist ein bisschen rumgucken da sind sie ich bin bei der fast nicht nicht dass die schmerz schau ja nein schau euch mal diese Spakulskins an Alter komm komm so ein hässliches Kind komm geh mach mach wir so ich kann nicht reden wie wir low wären ich müsste essen also das war die Wolle wie viel okay scherl-attacke ganz vergessen ich eh ich nehme die Pfeile mit sind ok für dich oder sollen wir andere reiches holen oder bis anreffen oder bis anreffen sobald es klingt klingt blum ja was auch ja die haben gleich mit Rüstung wichtig aber du hast schlechtere ich zeige immer mein Schwerter nein ich habe die Pfeile zwei Pfeile alle liegt noch eine 3 ich greife an komm oh mein Gott der hat auch ein Schandte das Schwert ich habe evil ghost gegeben geht es bei dir? der Kerat ist tot der hat der verzauberte das Eisenschwert hier ich habe den so gegeben alte mein Schwerter macht so viel Damage glaube ich ja glaube ich auch der war mit ein paar Hits da und da hat vier Pfeile drin oh mein Gott zwei Pfeile mein Gott mein 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 kann sein ein Gold ein Gold brauche ich noch ich habe drei nein komm 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 nein Marie gut ah so er schreibt fair und ich knall ihn gerade ab oh weh naja ich bring crest das war nach den Tüten Polarikaschen da bekommst du heute machen wir ich bekomme hätten noch nicht kommt ein paar nicht wir machen mit dem Schwertern dieses machen oder mit Steinschüttern machen wir mit Steinschüttern oder ich darf dafür denn um die zwei Sachen erneut die Bereitschaft heißen er ist nicht auf Bogen nehmen und zum Kling ich habe mich nicht wir machen wir normal ich stein mit Scheinschüttern mit normalen Bogen also ich weiß nicht er hat mich für das 3 gehen allein was da mit mit er wie viel hast du hier noch mal was ist meine Dinge da reingeschmissen was ist mir was ist mir es gegeben völlig neunfalle verankert für die e-koppel ich auch die entdeckt 1 noch einen warum ist es eigentlich nicht mehr okay ja ich hätte sie so stehen mit dem Bogen nehmen weil ich bin ja nicht zu gut aber der Verhältnis wird doch er hätte ich einmal ist er dein Pfeil wieder zurückbekommen aber ich habe ich habe ich habe immer ich hätte sich Egal, Leute, bei mir waren Bälle, Legs, man, vielleicht sieht was so peeping und dir halt OP Sachen. Na gut. Ja, ich hab ein bisschen gefällt. Von Fan, 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 von Fan, 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 von Fan, von Fan, Fan, in der Klamour und so, wenn das die Fahne internationaler Aktion da, ja, schau doch mal bei Kai und Marius bei Lix in der Beschreibung. Und sonst sehen wir uns das nächste Mal und wenn euch das gefällt, dann schreibt in die Kommentare, also da machen wir mehr Internet-Klanburs und so. Und sonst sehen wir uns das nächste Mal, ciao. Ciao, Leute. Leute.